Willkommen bei McDove, Ihre Bestellung bitte. Warte mal eine Kiste, Leiser, hier verstehe gar nichts. Herzlich willkommen bei McDove, Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne eine Base dran. Mit oder ohne Druck? Oh ja, mit extra viel Druck. Mit oder ohne Druck? Mit oder ohne Druck? Alter, mir knurrt die Poperze. Lass uns noch mal was an die Kauleiste heften. Willst du auch noch was? Ach, heil aus. Willkommen bei McDove, Ihre Bestellung bitte. Mach doch mal eine Kiste, Leiser, hier, ich verstehe gar nichts. Herzlich willkommen bei McDove, Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne eine Bass dran. Mit oder ohne Druck? Oh ja, mit extra viel Druck. Dann hätte ich gerne noch eine Hi-Hat. Hart oder weich? Eine frische. Da darf es sonst noch etwas sein? Ja, ein Sechser-Bass. Mit welcher Soße? Sechser-Bass süß-sauer. Darf es sonst noch etwas sein? Ihre Bestellung bitte. Ihre Bestellung bitte. Das macht dann 140 Beats am nächsten Fenster. Jetzt aber mit viel Druck. VIDIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIστεcock так販steines causalen. Darf es sonst noch etwas sein? Sechser Bass Süß-Sauer Darf es noch etwas zu trinken sein? Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster. Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster. Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster. Das macht dann 142 Beats am nächsten Fenster.